Herzlich Willkommen zur kleinen Rundführung. Im Dome ist ein Zimmer. Sagen wir mal eher DJ-SWR-Doomaster. Ich habe jetzt meine ganzen Mix-Sachen verliehen. Das Problem ist, ich streiche gerade. Seht ihr ja hier vielleicht weiß, rot-ronch, blau. Na mal rot-ronch, da kommt die Wand weiß und... Ja, was soll ich sagen, ich wollte euch mal mein Zimmer zeigen. Da wird am Ende noch ein kleiner Track vor mir abgespielt. Und darauf wurde sicherlich sie auch. Das ist mein Zimmer, kleiner Schrank, meine beiden Kleiderschränke. Aua. Meine Lampe, mein Fernseher, meine Konsolen. Die Xbox kommt morgen vorbei und so. Ich sollte die Kamera nicht drehen. Ich hammel. Na dann die anderen Sachen. Dann auch eine Hose mit der ich malere. Dann mein Bett, meine Boxen, meine Wander. Sieht aber auch schöne Farben. Und hier steht total drauf. Und die Haare. Und Bilder haben wir auch noch. Hier noch. Wo muss ich das aufheben? Teller. Bilder, noch meine Box. Und eine andere Box. Ich weiß ja auch, wie ich es bin. Da zeige ich euch was. Ich bin's. Der Hauptbassfreak. Könnt auch mich nochmal selber sehen. Das bin ich. Und. Und. Ja. Was soll ich sagen. Im Zimmer. Streichen. Neue Echer. Dann. Auch. Viele Sachen machen. Hauptsache hier sieht mich mal. Dass DJ S.W.L.D. Master mal live kommt. Also drüber. Ja. Ich bin zwar nicht so einer, der sich gerne zeigen tut. Die war vor Kamera oder so. Aber live. Könnt ihr mich auch sehen. Bald. Später. Radio hinter mich hören. Tracks werden immer gespielt in Yappi. Facebook gepostet. Überall. Und. Ich wünsche euch dann viel Spaß bei dem Track den ich jetzt abspielen werde. Der ist nämlich neu. Der ist Brandmüll von mir. DJ S.W.R. Doom Master. Sweet Dreams. Hardstyle. HD sogar. Viel Spaß. Ich zeig's euch jetzt nur. Und dann. Können wir ja mal loslegen. So. Rennen. So. Rennen. Okay. Tja. Sms. Seh. . Ich musste kurz mal gucken, ja? Tut mir leid. Ich musste kurz mal gucken, ja?